Antenne Vorarlberg Hi, ich bin Vorarlberg Reporter David Kieber und ich bin jetzt in Dornbirn hier am Watzenegg beim Christbaumhof Kaufmann. Erwin Kaufmann, ihr habt hier eine ganze Kultur, man kann bei euch den Christbaum selbst schneiden. Ja, wir haben das Angebot, dass wir ab Anfang November selbst auszusuchen und markieren. Und dann kann man auch selbst schneiden. Oder wir schneiden beim guten Zeichner und beim guten Mann. Wir schneiden jetzt allerdings einen Christbaum, ich schneide einen Christbaum für unser Studio. Und ist das schwer? Ja, wir haben halt eine Handzäger für eine Übung gemacht. Okay, schauen wir mal, was ich für eine Übung habe. Du bist da doch. Es ist ein ziemlich dicker Baum. Geschafft! So, mittlerweile ist so ein Baum eingepackt und es ist ein original Ländlebaum. Erwin, was bedeutet denn das? Das heißt, dass er da gewachsen ist und dass er naturmäßig aufzuhauen ist. Das heißt also, hier beim Kaufmann im Watzenegg wird der Baum nur natürlich aufgezogen, ohne Chemie und ihr bauen alles selber an, gell? Ihr kaufen nichts zu? Wir haben nur eigene Bäume, wenn wir verkaufen und kaufen nichts zu. Und setzen jedes Mal wieder eine neue, wenn wir ruhig geschnitten haben. Und der Baum, der geht jetzt bei uns ins Studio. Antenne vor Eilberg